Wöckler Voyants, Tommy Tan und Amelie Fantas sind zurück mit ihrer brandneuen Show Zweifach Zauberhaft. Die Weltmeister der Mentalmagie und Magier des Jahres faszinieren mit ihrer unfassbaren Show ein weltweites Publikum und nun gehen sie noch einen Schritt weiter. Sind sie bereit, das Unglaubliche zu erleben? Jetzt Tickets sichern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017